Herzlich Willkommen meine Freunde, zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind gerade wieder auf der Tempest. Ja, die Ladezeit habe ich euch mal überbrückt und Zubi hat uns gerade gesagt, dass Vectra mit uns reden möchte und ich... Alles klar, aber wo ist Vectra überhaupt gerade im Moment hier auf unserem Schiff? Vectra, das ist Pibi, Kelu und Zubi, Gil, Drek, ja, dann wird sie wahrscheinlich unten irgendwo sein. Kann ich hier nicht schon runter, doch. So, hier unten Sam, Liam, Joel, Lexi, Cora, Vectra, ja klar, ganz hinten ist Vectra. So, Vectra. Ja, stellen Sie sich vor, es wäre Sarah. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Das kenne ich. Sid war noch so jung, als uns unser Vater verlassen hat und ich war, naja, so alt wie sie jetzt ist. Hm. Ich weiß, wie es ist, ein Elternteil zu verlieren. Inzwischen habe ich beide verloren. Meine Mutter starb, bevor wir die Reise hierher angetreten haben. Unser Vater ist nicht tot. Oder vielleicht doch. Wir wissen es nicht. Er kam einfach nicht mehr nach Hause. Er hatte sich auf einige üble Sachen eingelassen. Auf üble Leute. Letzten Endes hat es ihn dann eingeholt. Er konnte nirgendwo hinfliehen. Für ihn gab es keine andere Galaxie. Sind Sie deshalb hergekommen? Wenn man jung und dumm ist, trifft man falsche Entscheidungen. Verärgert die falschen Leute. Und so etwas holt einen immer wieder ein. Und auch diejenigen, die einem am Herzen liegen. Ich will nicht eines Tages nicht mehr nach Hause kommen. Hm. Wir sind ein Team. Ich werde nicht zulassen, dass Sid sie verliert. Danke, Ryder. Das bedeutet mir viel. Zumindest ist Sid jetzt älter. Vielleicht muss ich mir ja gar nicht mehr so viele Sorgen machen. Aber gut. Ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht haben meine Leute ja irgendwas gehört. Klar, kein Problem. Wir plaudern später weiter. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Nexus mal. Glaube ich. Denn wir müssen ja auch einen Filmeabend vorbereiten, wenn ich mich nicht täusche. Und wir müssen Poker spielen. Wo war das eigentlich mit dem Poker spielen? Auch auf der Nexus? Das ist der Filmeabend. Ja, der soll auch bleiben. Tempest. Haval. Ja, Verbündete und Beziehungen. Ähm. Im Vortex. Vortex? Das ist doch hier. Oder? Ist der nicht hier oben sogar irgendwo? Ähm. Da unten steht er doch. Was ist los? Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr unterhalten. Was gibt's? Ähm. Sind Sie sicher, dass Sie die Schäden durch die Geißel im Griff haben? Ich hab sowas wie die Geißel noch nie zuvor gesehen. Oder das, was sie mit unserer Tech anstellt. Das hält mich ziemlich auf Trab, aber genau dann arbeite ich am besten. In gewisser Weise bin ich vermutlich sogar dankbar dafür. Ach, nichts zu danken. Das hab ich doch gerne gemacht. Okay, aber nur für die Zukunft. Tun Sie mir bitte nie wieder einen Gefallen. Keine Sorge, Ryder. Sie sind in guten Händen. Ich finde, wir haben hier eine gute Truppe zusammen. Meinen Sie nicht auch? Und ob. Vetra und Suvi sind meine Mädchen. Sie kommen gut miteinander aus und respektieren sich gegenseitig. Phoebe steckt so voller Energie. Ich mag sie, aber sie ist echt anstrengend. Und Jack ist genau mein Typ. Er ist dreist und lässt sich von niemandem blöd kommen. Und was die Leute von der Hyperion betrifft. Unser Doc ist ziemlich neugierig. Liam vergeht den Spaß zu haben. Und Cora. Sie hält sich etwas zu sehr an die Regeln. Ja, ich bin froh, dass sie das tut. Irgendjemand muss diesen Affenzirkus hier doch unter Kontrolle behalten. Affenzirkus? Ich bin doch kein Affe, Ryder. Ähm. Dann bin ich schon lieber ein Mungo. Sie sind coole Cobra-Killer. Oder warten Sie, doch lieber eine Krähe. Sie sind clever, respektlos und nervig. Ja, das passt. Wenn Sie es sagen. Was ist mit Kello? Er ist ein Pilot. Und das heißt? Er fliegt das Schiff. Und mehr haben Sie über ihn nicht zu sagen? Oh. Kann ein Pathfinder nicht damit umgehen, in einer Sackgasse zu stecken? Ähm. Haben Sie hier eigentlich viele Freunde? Naja, ich bin ein witziger Typ, also kenne ich auch eine Menge Leute. Allerdings lasse ich nicht allzu viele an mich ran. Meine einzige echte Freundin ist auf der Nexus stationiert. Sie ist alles, was ich aus der Milchstraße mit hierher genommen habe. Wenn Sie und ich uns erstmal besser kennen, erzähle ich Ihnen bestimmt noch. Noch öfter von ihr. Wie sehen Sie die Entwicklung der Nexus? Sie wird langsam zu dem, was sie eigentlich sein sollte. Um ehrlich zu sein, hatte ich die Hoffnung darauf schon lange aufgegeben. Aber wir machen es wahr, Rider. Und ich bin wirklich stolz, daran beteiligt zu sein. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Okay, das hat uns schon mal nicht das gebracht, was ich vorhatte. Aber wir können diese Quest ja auch einfach mal aktivieren. Was soll's. Ja, Vortex. Das heißt, ich muss wahrscheinlich, wie es aussieht, sowieso zur Tempest. Äh, zur Tempest, zur Nexus. Hallo, wer ist diese Frau, mit der ich sie ständig auf der Nexus sehe? Was? Wer? Sie sind immer knapp an Credits, wenn wir zurückkommen. Ist sie der Grund dafür? Es ist kompliziert, Suvi. Haha. Aha. Kompliziert also. Anomalie geortet. Ja, ja, Orte Duma, die Anomalie. Wir fliegen zur Nexus. Bevor wir da aber Poker spielen, wenn wir denn wirklich Poker spielen können. Das wäre schon cool, wenn wir Poker spielen können. Poker macht Spaß. Ja, ja, Forschungsdaten natürlich, das muss ich auch noch machen. Aber ich mache ja jetzt keine Quests, wo ich irgendwie rumballern muss. Das ist ja was anderes. Hör mir auf mit Anomalien. Ja, ab geht's, ich will da landen. Zack, da sind wir schon da. So, dann werden wir die Filmdatenbank plündern, also ein bisschen hier Piraterie betreiben. Und Poker spielen. Also unsere Tempest sieht schon verdammt cool aus, ne? Also ich mag das Schiff. So, wir sind zurück auf der Nexus. Und da möchte ich aber zuallererst, äh, 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 äh? Scheiße, wo war das jetzt hier? Genau, die Filmdatenbank möchte ich als erstes plündern. Da geht's gar nicht lang. Ja, ja, mehr Sicherheit. Hä, mit der können wir reden? Hm. Ich weiß nicht. Wow, der Pathfinder. Ja, ich bin's. Sie haben Freundschaft mit diesen merkwürdigen neuen Leuten geschlossen. Diesen Angara. Und jetzt sind sie hier. Hier, auf der Nexus. Woher wissen wir, dass wir ihnen vertrauen können? Ich meine mit Gewissheit. Mhm. Vergessen Sie nicht, dass wir die Fremden sind. Sie sind hier zu Hause und Sie haben uns willkommen geheißen. Sie haben sich unser Vertrauen verdient. Ja, vermutlich. Reden Sie mit ihnen. Lernen Sie sie kennen. Finden Sie es selbst raus. Ein guter Rat. Das mache ich. Ein guter Rat. Die sind wirklich schon hier, ne? Auf der Nexus. Tatsächlich. Was sagen die denn so dazu? Sie, Sie sind der Pathfinder. Ich bin Ihnen nun endlich dankbar, dass Sie die Morschein zu uns zurückgebracht haben. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich habe den Eindruck, Ihr Volk verehrt Sie sehr. Ja, sie bedeutet uns viel. Da fällt mir ein, Sie sollten etwas wissen. Der Leiter unserer Delegation besucht gerade Ihr Kulturzentrum. Es wäre ihm eine Ehre, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ah, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo unser Kulturzentrum ist. Ich bin ja eher so ein Kulturbanause, würde ich mal sagen. Aber egal, wir müssen erst mal... Das kann man auch nicht überspringen, ne? Diese Zugfahrt immer... Na, egal. Wir sind lange nicht mehr gefahren. Ich möchte gerne die Film-Datenbank jetzt plündern. Und die ist hier. Hier soll die sein. Cool. Liam auf der Tempest übergeben. Okay, das müssen wir ja jetzt nicht machen. Aber da haben wir schon mal den ersten Schritt... ...getan, weil wir sowieso irgendwann wieder zur Tempest zurückkehren. Und jetzt wollen wir Poker spielen. Und dafür müssen wir... Müssen wir... Aha. Müssen wir wieder mit der... ...mit der Bahn fahren. Weil es so schön ist. Ach, das Vortex. Ja, da müssen wir hin. Ins Vortex. Nee. Ah, das hört sich doch schon ganz gut aus... ...äh, gut an hier. Da ist er ja. Nein. Gut. Dann geben wir eben sie. Ach so. Ja, ist toll, so fertig gemacht zu werden. Poker hat mich schon einige Freunde gekostet. Die einzige, die noch mit mir spielt, ist Jill. Ich weiß, ich weiß. Jill und Gil. Ist Jill eine Masochistin? Ihre Freundin, die auch hier ist? Ähm. Ist sie ihre Freundin in der Initiative? Ja, sie war von Anfang an wach. Jill ist Fertilitätsexpertin. Sie leitet das KRK und ist meine einzige Freundin von früher. Ich setze 50. Ich geh mit. Das KRK? Das koloniale Repopulationskomitee. Sie wirft mir ständig vor, ich wär' Gift für ihre Arbeit. Sie sagt, wenn ich keine Kinder zeuge, bin ich Teil des Problems. Und sie hört nie auf zu nörgeln. Ah. Das klingt ziemlich respektlos. Stört sie das nicht? Ach was, wir sind wie eine Familie. Sie hält immer zu mir. Neckereien gehören dazu. Sie müssen sie kennenlernen. Sie ist toll. Ich erhöhe um 100. Ah, ich passe. Und wieder gewonnen. Tja, sie haben gewonnen. Damit ist mein Lebensziel erreicht. Was mache ich denn jetzt? Ich werde mich rächen. Irgendwann vielleicht. Jill war sich sicher, sie würden mich besiegen. Ich kann's kaum erwarten, ihr zu erzählen, dass meine Serie noch anhält. Autsch. Viel Spaß. Und danke fürs Spiel. Boah, wie langweilig BioWare. Ich dachte, ich kann selber spielen. Das war ja echt super schlecht umgesetzt. Aber okay. Man kann halt nicht alles haben. So, was machen wir denn als nächstes Schönes? Das war eigentlich eine etwas längere Folge mit Poker geplant. Aber haben wir ja nicht. So, Familiengeheimnisse der Riders. Nach Erinnerung des Hems, Maddox. Ja, das ist egal. Erstmal. Den Planeten aus der Überwachungsaufnahme finden. Haben wir auch noch nicht. Die Real Tech von der... Auf Volt beschrieben. Okay. Das Signal der Perifona von Volt verholen. Okay. Alles bei Volt. Hinweise zur Saria. Ach ja, okay. Welten zur Prüfung finden. Alles klar. Ja, okay, okay. Ja, ja. Mit Trova über die Tyrianer sprechen. Ja gut, aber wo ist denn diese Trova? Nicht zufällig hier, oder? Ach, hier kommt man nirgendwo lang. Scheiße. Vielleicht müssen wir ja doch hoch. Einen neuen Ort entdeckt. Diese Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Was ist denn los? Ich würde ja gerne mit dir reden. Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und finde ums Verrecken nicht den Grund dafür. Oh, wow. Sie, Sie sind der Pathfinder. Hey, tut mir leid. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Sie haben weitaus wichtigere Dinge zu tun. Stimmt, aber ich helfe gerne. Die Energieversorgung der Nexus ist ziemlich wichtig. Ich helfe gern. Das, das ist toll. Denn ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben offensichtlich an allen möglichen Stellen Kurzschlüsse. Das Auge eines Pathfinders kann vielleicht Licht in die Sache bringen. Wir haben hier einen Energieausfall und könnten den Bereich scannen. Naja, scheißegal. Jetzt nicht. Wir haben tatsächlich Wichtigeres zu tun. Aber wenn wir nächstes Mal wieder hier auf der Nexus sind, haben wir was zu tun. Wo geht es denn hin? Es geht wieder zurück zur Tempest, nehme ich an. Wir haben keinen Ärgerpakt. Ah ja, dann hauen wir wieder ab. Was soll's. Schade eigentlich. Ich dachte, wir würden in dieser Folge ein bisschen mehr erreichen, als so ein doofes Gespräch. Aber ja, wir machen den Filmeabend. Genau, wir können ja den Filmeabend noch machen. Ich hab' ja extra die Datenbank noch runtergeladen, die wir runterladen sollten. Hä? Lexi möchte mit mir reden? Ja, kein Problem. Lexi, Lexi, Lexi. Lexi. Lexi hat vieles. Was soll das denn heißen? Jetzt geht's los. Sie wissen schon, warum Sie so verkrampft sind. Ich bin nicht verkrampft. Keine 300 Jahre alt und macht einen Wirbel wie eine Materialchen. Ich bin Ärztin. Wirbel machen gehören zu meinem Job. Na, wo ist die Ärztin denn? Die springt doch sonst immer hier rum. Mann, Lexi, ey. Pibi, Vetra, Drag, Gil, Kelo, Suvi. Ach, Lexi ist unten. Mann, ich will den Filmeabend machen. Was nervt ihr denn so rum? Wir können ja schon mal den Filmeabend aussuchen. Ähm, das war hier, ne? Ne, Tempest, Filmeabend, genau. Den machen wir auch. Und der ist auch unten. Das ist doch sehr schön. So. Ich habe Sie bei einem Nickerchen ertappt. Schnarchen alle an Gara oder nur Sie? Wie sehen alle Menschen? Ah, Ryder. Entschuldigen Sie die Sauerei. Wer ist Ihr Freund? Ein aufgestiegener Cat. Ich habe Joel Bescheid gegeben, um ihm zu zeigen. Oh, da ist er ja. Joel, sehen Sie sich das an. An ihm ist nichts Angaranisches mehr. Die körperliche Erscheinung kann täuschen. Ich habe hunderte Tests durchgeführt. Es sind nur noch minimale Spuren des Angaranischen Genoms vorhanden. Die aufgestiegenen sind Cat. Es muss irgendeinen Weg geben, Sie zu heilen. Alles ist möglich. Wir müssen es nur weiter versuchen. Ja. Selbst aus Fehlschlägen können wir lernen. Danke, Ryder. Was denn? Joel muss akzeptieren, dass der Aufstieg unumkehrbar ist. Sie verstärken seinen Schmerz nur noch. So habe ich das nie gesehen. Weil Sie ihn als Freund betrachten, nicht als Patienten. Deshalb bin ich hier, um zu beobachten und zu behandeln. Joel ist Teil dieser Crew. Sein Wohlergehen liegt in meiner Verantwortung. Ich weiß, dieser Job kam für Sie überraschend. Aber Sie füllen ihn mehr als aus. Und Sie haben sogar Ihr Cat-Exemplar bekommen. Das stimmt. Und Ihre Körper unterscheiden sich von allem, was ich kenne. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelangen Genraubs und forcierte Evolution. Es ist natürlich grauenhaft, aber auch faszinierend. Ich bin froh, dass Sie sich so gut eingewöhnt haben. Tja, mir blieb ja wohl nicht viel anderes übrig, oder? Ich sollte hier vielleicht sauber machen, bevor er zu riechen beginnt. Ih, besser ist es. Ist ja ekelhaft. Komm, wir machen jetzt einen Filmeabend. Oder ist Joel hier? Sprechen wir mal kurz mit ihm. Es gibt immer noch mehr zu sagen und zu lernen, nicht wahr? Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung. Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Okay, ich verstehe schon. Vielleicht finde ich einen nangaranischen Arzt, den ich nach Ihrem... ...was auch immer fragen kann. Obwohl, einiges wusste ich sogar mal. Zum Beispiel die Herkunft unserer verkümmerten Organe. Stimmt. Wir haben ein Steißbein, einen verkümmerten Schwanz. Und ich habe Zehen mit Schwimmhäuten. Sarah nicht. Dafür hatte sie Weisheitszähne. Jetzt sie. Keine Ahnung. Das klappt ja super. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Hm. Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen. Weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es. Wie viele Kolonien haben Sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich fünf Kolonien die Rede. Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Alma nachfinden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen lautet, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie ein Gläubiger? Ein Teilzeitgläubiger also. Haben Sie bei Moschei Sefa studiert? Ist sie eine Lehrerin oder eine religiöse Würdenträgerin? Sie ist viele Dinge. Sie hat einen klaren Verstand. Ein umfassendes Wissen. Und tiefe Einsichten. Sie lehrt und inspiriert. Sie wird geliebt. Ich liebe sie. Wirklich? Also eine dieser Lehrerin-Schüler-Geschichten? Nein, nicht so. Moschei Sefa ist nach ihrer Rechnung 115 Jahre alt. Sehr alt, hä? Für eine Beziehung oder was? Okay, belassen wir es dabei. Kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Ich werde Sie beantworten, so gut ich kann. Wollten Sie immer ein Kämpfer werden? Haben Sie sich in der Schule auf irgendetwas spezialisiert? Ich? Nein. Ich will nicht darüber reden. Aber ich bin gar kein Kämpfer. Nicht wirklich. Die Besetzung durch die Kett sorgt für Chaos. Also ist auch unser Bildungssystem chaotisch. Ich bin eigentlich nicht so richtig. Aber das ist eine Ausrede. Die Wahrheit ist, dass ich noch nicht weiß, was ich will. Im Leben. Und das in meinem Alter. Ich hoffe, dass mein Hiersein mich weiterbringt. Können Sie mir etwas von Ihrer Familie erzählen? Falls Sie eine haben. Setzen Sie sich. Das dauert ein Weilchen. Bringt uns jemand Knabberzeug und Getränke? Wow. Ist Ihre Familie so groß? Ich habe eine echte Mutter, Sahuna, und mehr als fünf zusätzliche Mütter. Dazu viele Geschwister und Cousins, die alle gemeinsam aufgewachsen sind. Unsere Familien verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. Beziehungen kommen und gehen. Mein Vater ist nicht mehr da. Verschleppt oder getötet von dem Kett. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Das tut mir leid, Jarl. Ich verstehe. Ich habe meinen Dad gerade erst verloren. Aliens mit Gemeinsamkeiten also. Wir sind vaterlos und kämpfen dennoch weiter. Haben Sie sonst noch eine Frage? Haben Angara Zukunftspläne? Träumen Sie davon, was Sie erreichen wollen. Sie packen Pläne und Träume in dieselbe Frage? Äh, ja. Oh, verstehe. Das war Absicht. Angara leben im Jetzt. Wir wollen nicht die Zukunft verbessern, sondern an der Gegenwart arbeiten, weil sie es dringend nötig hat. Okay, belassen wir es dabei. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Kette erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Kette zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war technisch an einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Scheint echt beschissen zu sein. Ankunft der Kette, Kette und Archen. Ja, okay, das müssen wir leider noch fragen. Als die Kette eintrafen, warum haben Sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als Sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Kette sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie Sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Waren die Kette schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschei, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Kette zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archeon kam mit Ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Und überlebt, um davon zu berichten. Okay, dann sind die Kette ja, wenn die Moschei 115 ist und sie kennt die Zeit vor den Kette, dann müssen die Kette ja schon knappe 100 Jahre da rumwüten. Das ist ja schon eine lange Zeit. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, John. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Dankeschön. Und wir machen jetzt einen Filmeabend. Das wollen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge machen. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke, ich gehe Sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos. Aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ach, erste Vorbereitungen. Okay, das gehört wohl... Naja, anscheinend gibt es jetzt noch keinen Filmabend. Schade, zwei Pläne, die nicht funktioniert haben in dieser Folge. Zum... Ah, Moment. Jawohl, ich gehe erstmal hoch und dann... Mal kurz gucken, ob Cora hier ist. Vetra, Drag, Gil. Ja, ich würde sagen, wir machen mal irgendwas für unser Team, ne? Zusätzliche Aufgaben ist ja eigentlich nicht so wichtig. Aber Verbündete und Beziehungen sind schon wichtig. Und da sollten wir mal langsam uns auf die Suche nach der thurianischen Arche machen. So, haben die wieder was zu sagen? Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen, etwas zu essen. Dr. Tepero, bitte unternehmen Sie etwas. Tun Sie es nicht so wie. Sie haben mich verraten? Ich dachte, wir wären Freunde. Sie, Sir, werden ab sofort zu keiner meiner Partys mehr eingeladen. Naja, besser ist es. So, wir schauen uns jetzt einmal kurz hier an, wo wir überhaupt hin müssen. Ist mir egal, was du empfängst. Wir müssen hier hin. Waren wir hier schon? Haval, da waren wir doch, glaube ich, schon mal. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Leider können wir das noch nicht überspringen. Das wäre auch mal eine Idee für ein Patch, dass man das überspringen kann. Wenn ihr übrigens Probleme habt nach einem Patch mit dem Spiel, dass ihr es nicht mal starten könnt oder sowas, müsst ihr euer Origin einmal offline schalten, das Spiel starten und dann wieder online gehen. Dann sollte das wieder funktionieren. Nur so als kleiner Tipp, falls ihr da Probleme haben solltet. So, was haben wir hier? War ich dort schon? Ja, ich war dort schon. Landezone auf Haval. Wieder entdeckt man der vergangenen Charme. Oh, da sind ja einige, einige verfügbare Quests. Quests. Ein sterbender Planet. Thorianische Arche. Noch nicht tot. Ähm, Wiederentdeckung der Vergangenheit. Jarl. Arme Dame. Ach, das ist doch so. Freund oder Feind. Und vergessene Sterne. Ja, dann wollen wir mal diese Quests abarbeiten, die wir da haben, oder? Machen wir das Stück für Stück. Das bedeutet aber auch, dass wir einen Jarl mitnehmen müssen. Der ist auch noch da. Und... Mh, ja, da gucken wir mal. Da würde ich Vetra mitnehmen, weil sie eine Thorianerin ist. Macht ja Sinn. Denke ich mal, Auswahl bestätigen. Und ab die Post. So, wir landen jetzt nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da schon mal waren. Ach ja, klar. Natürlich waren wir schon mal da. Auf diesem Planeten haben wir die Wissenschaftler befreit und uns das, ähm, Vertrauen von Evra erarbeitet. Und hier haben wir wieder unser Jetpack. So cool. So, mit den beiden sind wir unterwegs und ich glaube... Ja, hier werden wir uns jetzt eine Weile aufhalten. Auf dem Planet. Was ist los? Was schreist da denn so rum? Und, äh, was hier passiert, sehen wir im nächsten Part, denn der Part ist schon wieder extrem lang. Über 30 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry, dass wir den Filmeabend und das Pokern nicht machen konnten. Zumindest haben wir kein Poker gespielt selbst. Aber ja, in der nächsten Folge wird's wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr vorangehen. Rinnt ihr Hauen, bis zum nächsten Mal.